Hallo da draußen deinen Apparaten, hier ist Thomas Schmitz mit dem Gamers Global Test zum Football Manager 2019 von Sports Interactive und Sega. In diesem Komplexitätsmonster mit dem Charme einer Excel-Tabelle verkörpert ihr den Cheftrainer eines Fußballvereins. Ihr kümmert euch um die Aufstellung, teilt eurem Sportdirektor mit, auf welcher Position die Mannschaft verstärkt werden muss, führt Einzelgespräche mit Spielern und hofft natürlich, am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben zu stehen. Diesmal ist das auch in der Bundesliga möglich, denn Sega hat sich die Rechte von der DFL gesichert. Nach Aussagen von Sports Interactive erscheint das Spiel deshalb erstmals offiziell in Deutschland. Ob sich die Anschaffung lohnt, verrät unser Test. 100 Stunden für The Witcher 3 und Skyrim, 70 Stunden für Red Dead Redemption 2 oder 65 für das neueste Assassin's Creed? Das sind Zahlen, über die echte Football Manager Fans nur lachen können und die mit dem Wort niedlich am treffendsten beschrieben sind. Allein 10 Stunden benötigte ich im Test für die Saisonvorbereitung. Nach 35 Stunden hatte ich die Winterpause erreicht. Für eine Spielzeit benötigte ich etwa das Doppelte. Vorbei die Zeiten eines Anstoß- oder Bundesliga-Managers, wo man im Hotseat-Modus eine Saison an einem Nachmittag spielen konnte. Es ist nicht gelogen, wenn Sports Interactive behauptet, dass jeder Football-Manager-Spieler durchschnittlich mehr als 200 Stunden in dem Spiel versenkt. Dabei ist der erste Eindruck ernüchternd. Schon das Erstellen des Managers als erste Amtshandlung macht deutlich, die Grafik dieses Spiels ist zweckmäßig. Nicht schön. Weil ich natürlich mit meinem Konterfei spielen wollte, habe ich ein Foto von mir eingelesen. Das Ergebnis hatte nur im entferntesten Ähnlichkeit mit mir, wie meine Frau bestätigte. Das 3D-Modell sah ebenfalls alles andere als hübsch aus. Und diese grafische Tristesse setzt sich fort. Frei nach Herbert Grönemeyer gilt, du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz… ähm… lila. Euch erwarten Menüs, Untermenüs und Unteruntermenüs, dargestellt auf einem violetten Hintergrund. Zwei zusätzliche Skins, die in der Verkaufsversion enthalten sein sollen, waren in unserer Testversion noch nicht implementiert. Und bevor ihr eure Lautsprecher aus dem Fenster werft, weil ihr denkt, sie seien kaputt? Nein, der Football Manager hat so gut wie keine In-Game-Sounds. Lediglich während der Matches hört ihr lärmende Zuschauer, die Pfiffe des Schiedsrichters und die Schuss- und Passgeräusche eurer Spieler. Sports Interactive verzichtet bewusst auf Musik und Sounds. Wir haben herausgefunden, dass unsere Spieler den Sound meist abstellen. Um ihre eigene Musik zu hören oder den Fernseher beim Spielen anhaben, teilte uns ein Sprecher von Sports Interactive auf Anfrage mit. So bin ich dann auch verfahren und habe so viel Musik gehört, wie schon lange nicht mehr. Aber, um die Dortmunder Fußball-Legende Adi Preißler zu zitieren, entscheidend ist auf dem Platz. Und da macht dem Football Manager niemand etwas vor. Alleine die Zahlen sind imposant. 2.100 Vereine aus 116 Ligen in 51 Ländern wurden implementiert. Daten zu mehr als 800.000 Personen wurden erfasst. Jeder Datensatz umfasst mehr als 250 Informationen. Der schiere Wahnsinn. Doch die umfangreichste Datenbank nützt nichts, wenn das Spiel drumherum nicht stimmt. Bisher scheiterte die Football Manager Reihe an der Einstiegsfreundlichkeit. In der aktuellen Version stimmen euch Tutorials auf die wichtigsten Bereiche eures täglichen Cheftrainer-Daseins ein und nehmen euch die Angst vor den Menüs. Dennoch habe ich auch nach 10 oder mehr Stunden noch bestimmte Untermenüs gesucht. Übersichtlich ist der Football Manager 2019 nicht. Hilfreich ist, dass eure Mitarbeiter euch immer wieder mit Tipps versorgen. Ärgerlich ist, dass wir aber manche dieser Tipps nur zufällig gestolpert sind oder die in der Hitze eines Matches, wo am unteren Bildschirmrand Kommentatorentext läuft und am oberen Bildschirmrand Hinweise eures Co-Trainers angezeigt werden, schlicht übersehen haben. Wie ihr das Spiel am Ende spielt, wie tief ihr vordringen wollt, entscheidet nur ihr selbst. Es ist durchaus möglich, dass ihr so gut wie nichts zu tun habt, weil ihr eure Kollegen angewiesen habt, die meiste Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz dazu könnt ihr aber auch wirklich alles im Verein übernehmen und damit Mitarbeiter überflüssig machen. Ihr wollt selbst Angestellte einstellen, Vertragsverhandlungen mit den U19-Spielern führen oder sogar das Scouting selbst übernehmen? Kein Problem, alles ist möglich. Das gilt übrigens für so gut wie alles im Football Manager. Viele Darstellungen, besonders in den Taktikbildschirmen könnt ihr nach euren Wünschen anpassen. Klar sein muss aber auch, je nachdem wie ihr spielt, hat das eklatante Auswirkungen auf die Spielzeit. Man kann sich im Football Manager verlieren, jede Zahl analysieren, jede Stellschraube verändern. Erst dann zeigt sich, wie mächtig dieses Spiel wirklich ist. Wie in diesem Genre üblich, wiederholen sich irgendwann natürlich die Handgriffe. Wie auf dem Platz bei euren Spielern sollten auch bei euch als Trainer vor dem Bildschirm Automatismen greifen. Für ein Managerspiel ist das immer ein entscheidender Moment. Langweilt es oder können mich die Ereignisse dauerhaft fesseln? Hier können wir tatsächlich noch kein abschließendes Urteil fällen, haben aber jetzt schon erkannt, dass sich bestimmte Fragen in den Pressekonferenzen oder bestimmte Ereignisse rund um unzufriedene Spiele wiederholen. Genervt hat das noch nicht. Aber ob ich nach 200 oder 300 Stunden immer noch so denke, vermag ich derzeit nicht zu beurteilen. Doch wie läuft so ein Cheftrainerleben überhaupt ab? Jeden Tag erhaltet ihr E-Mails, die euch eure Mitarbeiter zusenden oder weiterleiten. Euer Chefscout schickt euch Informationen über interessante Spieler oder eure nächsten Gegner zu. Euer Chefdatenanalyst hat das letzte Spiel ausgewertet, euer Mannschaftskapitän teilt euch Probleme mit Spielern mit und euer Sportdirektor macht euch auf Vertragsverlängerungen und Transfers aufmerksam, die er vorgenommen hat. In den Taktikvorschlägen eures Assistenztrainers entgegen. Ihr könnt aus zehn vorgefertigten Taktikstilen passende Formationen auswählen, die Taktiken in Ballbesitz, in gegnerischem Ballbesitz und im Umschaltspiel einstellen und euren Spielern noch individuelle Anweisungen mit auf den Weg geben. Kurz vor dem Spiel haltet ihr ein Taktikbriefing ab, dass eure Spieler auf den Gegner einstimmen soll. In der Kabinenansprache vor dem Spiel und in der Halbzeit können die eure Jungs hoffentlich motivieren. Vor und nach dem Spiel gibt es außerdem Pressekonferenzen. In jedem Gespräch, sei es mit euren Spielern oder den Pressevertretern, könnt ihr außerdem eure Stimmung einstellen. Einen Großteil eurer Spielzeit klickt ihr euch durch die zahlreichen Menüs. Und das alles für die 90 Minuten auf dem grünen Rasen. Die könnt ihr euch komplett ansehen, was wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ihr könnt euch aber auch auf Highlights beschränken, was wir empfehlen oder die Spieler einfach nur berechnen lassen, wobei ihr dann keinerlei Einfluss auf das Geschehen während des Spiels nehmen könnt. Denn auch während der Matches gibt es allerhand Stellschrauben. Ihr wechselt Spieler aus, nehmt Änderungen an der Spielweise und der Taktik vor, gebt Anweisungen zur Sonderbehandlung für gegnerische Spieler oder macht euch lautstark Luft. Und natürlich stehen euch etwa zwei Dutzend Statistiken zur Verfügung, die ihr euch als Fenster anzeigen lassen könnt. Puh. Kommen wir zu meinem Fazit. Der Football Manager 2019 füllt das Vakuum, das vor fünf Jahren mit dem unrühmlichen Ende von EAs Fußballmanager-Reihe entstanden ist, vortrefflich. Das Managerspiel macht auf Anhieb vieles richtig. Ich liebe ganz besonders die Spezialisierung auf den Cheftrainer-Part, denn es macht Spaß, sich den Scout-Bericht über den kommenden Gegner durchzulesen, dann eine Taktik auszutüfteln, wie er zu schlagen ist, im Spiel zu sehen, dass diese Taktik von den Spielern umgesetzt wird und anschließend den hinterlistigen Pressevertretern im Stile eines Uli Hoeneß die Welt zu erklären. Zwar vermisse ich es, dass ich beispielsweise das Stadion nicht ausbauen kann. Ich hatte zum Test Bayer Leverkusen ausgewählt und hätte gerne die Kapazität der Bayer Arena vergrößert. Gleichzeitig bin ich aber froh, dass das Einstellen von Bratwuchtpreisen und das Verschönern des Vereinsgeländes hier nicht thematisiert werden. Besonders gelungen finde ich, dass Sports Interactive mir überlässt, wie tief ich wirklich in den Job eindringen will. Bin ich Alleinunterhalter, der sich um jede noch so kleine Befindlichkeit der sensiblen Profis kümmert, der jede Trainingseinheit bis ins kleinste Detail plant, der selbst bei der U19 noch die Mannschaftsausstellung übernimmt? Oder lehne ich mich entspannt zurück und lasse meine hoffentlich qualifizierten Mitarbeiter für mich arbeiten und setze mich wie ein Maskottchen nur während der Spiele auf die Bank? Spielerisch ist der Football-Manager über jeden Zweifel erhaben, auch wenn er dem Genre nichts elementar Neues hinzufügt. Als Spieler muss man aber auch ein wenig Leidensfähigkeit mitbringen und Norrenmenü lautet die Devise der Entwickler. Das geht alles zu Lasten der Übersichtlichkeit. Der Verzicht auf jegliche Sounds außerhalb der Matches ist gewöhnungsbedürftig, aber endlich konnte ich wieder in Ruhrplatten hören. Das gilt auch für die Grafik, die mir mit jedem Spielzug zuzurufen scheint, hey, das letzte Jahrtausend füllt seine Animationen zurück. Ganz so schlimm ist es zwar nicht wirklich, aber up to date ist die 3D-Engine leider nicht. Als Note für den Football-Manager 2019 vergebe ich trotzdem eine 8,5 von 10, denn der Manager-Teil, und auf den kommt es an, überzeugt. Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf GamersGlobal.de.